Guten Tag alle Besucher meiner Webseite Seminar Zeitzeuge DDR und Günther Nosse. Ich wünsche euch gesunde, gesegnete Feiertage im Kreis eurer Lienen und einen guten Rutsch ins Jahr 2016 und dass ihr im ganzen Jahr 2016 gesund und in Frieden leben möchtet. Wie ihr wisst, starte ich im April mit meinem Seminar in Torber und Allenburg und danach könnt ihr mich prüfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar Rückmeldungen kommen. Schon jetzt kann ich besser planen, denn ihr wisst, ich arbeite noch und lebe in Dänemark. Das heißt, ich habe eigentlich nur einmal im Monat Zeit, um diese Strecken zu überwinden. Ich mache es aber gerne. Das war es. Bis bald. Also nochmal gesegnete Feiertage. Ciao, euer Winter. Guten Tag alle Besucher der Webseite Seminar Zeitzeuge DDR. Ich wünsche euch schöne, gesegnete Feiertage mit euren Lienen und einen guten, gesunden Rutsch vor allen Dingen in Frieden ins Jahr 2016. Ich wünsche euch viel��er Rico因feld und Rutsch vor allen Dingen im Bürok gonnagript. Ich wünsche euch.